Das richtig auf die Fresse kriegen, geil. Von denen denn? Von allen. Das sind die gleichen die Gerade. Nur halt mit einem Marcel mit drin. Aber der ist nur im Elbfinale, der Halbfinale. Der kann eigentlich nichts. Oder was? Ich hab mich denn für die Basis, oder was? War das Halbfinale nicht schon? Das ist echt doof gefragt, ja. Hat er nicht da irgendwie gegen Ibn und so spielen müssen? Ich hab's leider noch nicht ganz geguckt, aber ich... Haben die das nicht gewonnen sogar? Die haben nicht gewonnen, oder was? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Eigentlich will ich mich auch selber gar nicht spoilern, weil, wie gesagt, ich hab's noch nicht gesehen. Aber, ja. Weiß nicht. Wäre krass, wenn der dich einfach spoilert, ey. Ja, gut. Ich mein, ich würd's halt trotzdem gucken, aber... Oder was? Ja. Weil es halt geiler, wenn... Wenn man nicht weiß, was passiert, meinst du? Ich weiß nicht, was passiert. Und weil ich dir auch nicht zuhöre, wenn du redest, bin ich jetzt immer noch nicht gespoilert, geil. Ja, aber... Weißt du direkt, welche Mates du hast, oder was? Ach, weißt du, bei dem Typen. Ach, da... Mich wundert da sowieso nichts mehr. Ah, ja, deswegen. Warte, denn jetzt? Nichts? Nee, nee, wir reden gar nicht über dich, oder was? Ist mir grundsätzlich egal, oder was, ne? Ist sowieso egal, oder was? Oder was? Ich hab mich so ein bisschen verbaut, hier, oder was, ne? Ja, ist egal, der Gegner ist nur eine 5 von 10. Warte, 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 warte. Ja, da sind schon viele 5 von 10 unterwegs hier. Ach, das sind ja Melonen. Nee, ach, so, nee. Ach, Fruits, okay. Insgesamt Früchte, ja? Ja, ja, ich dachte, das wäre jetzt jede Base, ne Melone, okay. Wie definiert man eine Frucht? Also, erstmal Real Talk. Wie bitte? Wie definiert man eine Frucht? Äh, Früchte... Herr, Frucht ist alles, was irgendwie wächst. Ah, jetzt einer aus dem Arsch sieht. Ja, wirklich, ey. Er ist doch richtig so, ja, das ist doch voll trivial. Also, Frucht ist ja vieles. Zum Beispiel, wenn du pachtest, hast du ja zum Beispiel auch das Recht zur Fruchtziehung, ja? Ja, halt bitte die Fresse. Ja, ich vertrag's jetzt schon nicht mehr. Der Witz wäre ja auch nur eine 5 von 10. So nämlich. Nee, ist die Frage, was ist eine Frucht? Warum ist eine Tomate eigentlich eine Frucht und kein Gemüse? Ist eine gute Frage. Ist das denn so? Ja. Ach, Schattengewächs. Ja, das auch. Ähm. Aber das ist doch eigentlich eine Tomate. Ach, eine Tomate. Eine Tomate ist schon auch eine Tomate, das. Das ist richtig, ja. Kartoffeln haben doch auch das Gift der Nachtschattengewächse. Das heißt, die müssten ja eigentlich dann auch Nachtschaffe... Nachtschaffe. Nachtschaffe. Ja, Nachtschaffe. Nachtschattengewächse. Nachtschattengewächse sein. Schlafschaffe. Mäh. Ich kriege diese Balken nicht gezogen. Ich krieg' einen kompletten Kollaps. Ja, wie auf der Arbeit. Die Balken auch nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann schreib' ich muh noch, der soll heute dazu kommen, weil der bei dem die Schicht passt. Weil ich Homeoffice mache. Ja, und dann ist der bei seiner Freundin. So was geht ja gar nicht, Digga. Wie kann denn, Ull? Wenn ich eine Freundin hätte und jetzt Forzdonnerstag wäre, ich wär' ja sowas von hier. Hast du nicht mit deiner alten Freundin immer Forzdonnerstag gesehen, während die dabei waren? Äh, jein, ja. Also, genau. Ich hab' damals war ich ja noch nicht in den Streams online mit dabei oder nur ganz selten aus, ja, Kunden, weil ich das Spiel noch nicht gut spielen konnte. Aber da hatte die dann zum Beispiel abends im Bett gelegen und irgendwie ein Buch gelesen und ich saß daneben und hatte halt volle Lautstärke einen Laptop auf dem Schoß und hab' Forzdonnerstag geguckt. Gehört nur. Nee, auch geguckt. Aber bei der hab' ich auch, während die am Lernen war, halt volle Möhre-Better-Sounds aufgedreht. Einfach, um die abzufacken. Wie lange wartet's zusammen? Ja. So, so weh mir, Vanille. Nee, ach, es hatte, es hatte andere Gründe. Woher hat sie gelegen, fragt man sich immer, ne? Es gab andere Gründe. Och, Digger, was ist denn das denn, ey? Wird gepainted. Oh. Er hat noch einen, you got the fuck? Ach, ich bin so slow heute, ne, du glaubst es wirklich nicht? Oh mein Gott, hat der Fisch, oh mein Gott, hat der Fisch, ja, haha. Ah, wunderschön. Aber ich find' die Mod richtig schön. Das ist ne gute Mod. Die schaut einfach gut aus. Wisst ihr, was mir jetzt grad noch fehlt? Näh. Wetter ist nach uns. Ist ein Anti-Ara schön, so generell. Um das mal auf holländisch zu sagen, wird keine Rere lassen. Wieso hab ich plus vier, wenn... Wenn so ein paar Balken oder LWP haben, was ist denn? Ja, das ist halt roher Schaden, was der Gegner da gemacht hat, ne? Ja, jetzt ist das auf jeden Fall ganz roher. Ist alles ganz roher. Das ist auch, ey. Ja, dann haben wir einfach im zehnten Bezirk den Abpiral überfallen, das war wirklich roher. Und Muso, ja, das machen wir aber jeden Tag. Das Daily Business. Ja, zehnter Bezirk war schon anders. Ich fand den aber gar nicht mal so scheiße, also der war eigentlich hübsch. Ich weiß nicht, ob hübsch das passende Wort ist. Doch, doch, doch. Also so der Park dort. Der Bürgerpark. Ja. Dort. Hier. Ja. Der Bürgerpark. Was Manns insideます, wenn er nicht andere sind? so und da ich ja in hamburg war letztens auf geschäftsreise habe ich ja die wunderschöne stadt hamburg mal kennenlernen können mit all ihren schönen facetten der hauptbahnhof süd ja da müssen wir auf jeden fall dort unser community treffen machen das war die essenz die du rausgezogen hast ja ja da ist doch auch das unternehmen ansässig mit einer einzigen deutschen filiale die haben so eine ci da da laufen junge damen mit etwas weiteren ausschnitten rum ich finde da sollten wir auf jeden fall war die mal die ein oder andere präsenz zeigen ja genau einfach mal zeigen so hier die golds wenn man auch da wir supporten euch was hier abläuft was ist denn los fortified live sagt hallo hallo das man kann ja eigentlich auf allen maps ganz auf allen bases ganz gute back turbine spawnt oh gott da an erkennen vergessen von mir ja 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 wie ganz ab dass du ich kann in den jugend durch kommen jetzt haben wir fragen an euch ja alle haben alle haben gerne außerhalb kurt ne ich habe einen ja nein du hast keinen einzigen ich habe aber der hat keinen winkel warum geht es nicht das war nicht das war nicht die frage einfach mal den klassischen klaus kinds geht so ein ja 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 die gare glauben sie eigentlich wer sie sind das hier einfach hinkommen und so eine fragen stellen fragt mich natürlich auch woran hat woran hat sie eigentlich gelegen ich bin eine virtuose verstehst du das war aber eklig hat eine canon gerade einen kopfschuss bekommen ja besser als gemessert zu werden messern stirbst du schneller gut das knallt ja doch ich kriege ein plasma einen jugend was weiß ich ja gut ich habe halt gerade fünf minuten drei nukes getankt und bist du tot ich bin der erste der down gegangen ist ach du bist schon tot ja ja farro ist schon also der kommt bald wieder so lange ist er schon weg ja ja das ist nicht schlimm dafür muss man schon ein bisschen aufpassen was beim renn passiert das ist doch bei den armen kurz ist doch auch nur selbst ein armer teufel das versteht farro nicht also ich soll ich solche schlechten schüsse was das denn noch lebt der second top bottom ja das ist insane aber die drunken jungs die waren auch jetzt wird es aber eng hier wem ryan er flog nach wien das darf man nicht in frech und nicht frech messen jungen da ist mein ganzes monatsgehalt an gut drauf gegangen ja hier geht es auch nicht mehr viel um so nicht mehr so nicht mein freund manchmal auch freuen wie kann second bot noch leben man hat halt die eine canon hat gut gehittet aber danach wie ist das denn gewesen ey ja komm bau 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 du schwein bau du stück so ne dummi da bau du stück Und da kommt was also verteidige schon mal deine Minen ich möchte nichts Der macht so ein bisschen Lasershow, den will ich verwirren Na wirklich Ich glaub der eine Gönner macht was Das sieht eigentlich gut aus LOL was Ah keine Ahnung Wenn da 500 Kreissägen fliegen ist halt kein Wunder dass irgendeinem mal ein Stück Holz trifft Wie sagt das immer so? Ja aber ich weiß es auch, also denkst du ich sag das so und meinst dann nicht so Das geht eigentlich immer noch Ne Ahnung Digga, Fabio erlebt halt 8 Minuten da brauchst du auch nicht mehr weiter auf Spiel Ja Das ist das Leben nochmal Der hatte aber auch die Dully Base, der hatte die unten Die Gears Base, das ist doch die beste Base von allen Nein das ist ja nicht Natürlich Oh nein Das sind unbegrenzte Möglichkeiten da unten Wien Wien Amerika Das ist ein Das ist ein Das ist ein Das ist ein